Ja, heute haben wir nachher dann die Tagesthemen. Die gefährlichen Irrtümer bei Thilo Sarrazin, der mit seinem neuen Buch aufgetaucht ist und dreimal interviewt wurde und so weiter. Und Markus Krall, der wohl eine neue Rede gehalten hat über sein Politikmodell und so weiter. Über Corona, ja, Gemeinwohlökonomie und so weiter. Die Tagesthemen also dann gleich. Unser Tagesbild ein bisschen einjustieren. Ich glaube, so ist es ganz nett. Und ja, aber was interessant ist, ist auch noch, dass wir gar nicht erkannt haben, dass der Auftritt beim Termin 12 beim Corona-Ausschuss sozusagen auf einem zweiten Sender veröffentlicht wurde, nämlich auf dem Portal des Corona-Ausschusses selber auf dem Sender. und da auch nochmal über 30.000 Klicks bekommen hat, sodass wir uns jetzt so langsam allmählich den 100.000 Klicks annähern. Also deswegen hier, also Corona-Ausschuss, Termin 12 ab 1 Stunde 47 Minuten 22 Sekunden. Und dabei hatten wir dann eben übersehen, dass es auch eine Unmenge an weiteren Kommentaren zu diesem Auftritt der nextscientistsforfuture.de beim Corona-Ausschuss kam. Also wie gesagt, insgesamt über 90.000 Zuschauer bis jetzt und Tausende von Likes. Da sind auch nochmal, glaube ich, nochmal 1.500 Likes dazu gekommen. Und wenn man jetzt hier auf der Homepage Nextscientistsforfuture, also auf Kontakt klickt und dann noch ganz ans Ende zieht und dann einfach mal hier auf Weltrat der Weisen klickt, dann kommt man eben hier auf sozusagen das Forum. Und wenn man dann auf Kommentare klickt und dann stehen hier einige der neueren Kommentare, einige sind inhaltlich, aber einfach auch erst nochmal zu sehen, für die rechts- und linkskriminellen Verfassungsfeinde, die sich manchmal auf unsere Sender oder auf unsere befreundeten Sender verirren, nochmal ein paar Hinweise, dass die klugen Menschen das ganz anders sehen, als es eben die Links- und die Rechtskriminellen sehen. Ja, nochmal ein paar Kommentare. Dylan übrigens, ganz großes Kino, genial gesprochen, super toll. Don Dylan ist exzellent, super, er legt seine Finger genau in die Wunden. Müssen wir noch ein bisschen rücken, das ist nicht so gut hier. So, jetzt kann man es besser lesen. Genau, in die Wunden. Herrlich, jemanden mit so viel Wissen, er hat gut recherchiert, so frei reden und diskutieren zu hören. Don Dylan, Sengstock, 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 Sengstock. Das waren wohl so Bildchen, Dankeschön-Bildchen. Dann nochmal ein Kommentar. Danke, Herr Dylan. Meiner Meinung nach sagt Dylan hier etwas sehr Wichtiges. Danke, genau, Don Dylan. Sie müssen mit Ihrer sehr guten Aufklärung mehr Leute via Internet erreichen. Toll zu hören, dass man nicht falsch dies gesehen hat. Danke, Don Dylan. Genau, Herr Dylan, denn desto gesünder wir bleiben, desto weniger verdient die Lobby. Mein Denken. Ja, das ist genau der Systemfehler, um den es bei dem Grundsystemfehler des freien Marktes und der freien Arbeitsteilung ist, dass wir ein wahnsinniges System haben, in dem alle Beteiligten mehr verdienen, wenn ich krank werde und krank bleibe und möglichst lebenslang krank bleibe und die keinen Cent dafür bekommen, wenn ich nie krank werde oder wenn ich krank werde, ganz schnell gesund werde und sofort wieder gesund werde, dann werden alle finanziell bestraft, weil sie gar nichts kriegen und dann pleite gehen sozusagen. So, weitere Kommentare. Sehr guter Gast, super erklärt. Sehr kompetente Berater, gute Auswahl, die hier getroffen wurde. Also bei dieser Sitzung, Termin 12, beim Corona-Ausschuss von den vier Anwältinnen, also gute Auswahl, die hier getroffen wurde. Jeder geheilte Mensch ist ein verlorener Kunde. Ärzteblatt, ja, ich habe auch im Ärzteblatt so einen Artikel gelesen, dass eben, ja, ja, das ist eben so, das jetzige System, jeder geheilte Mensch ist eine verlorene Geldquelle und dass solch ein wahnsinniges geisteskrankes System können nur die 20 Reformen der nextscientistforfuture.de beenden. Und wie gesagt, damit das nicht so einseitig ist, kann man, sollte man auch noch die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber mit in die Diskussion reinziehen und die Bürgerräte, die gelosten oder nicht gelosten Bürgerversammlungen, Volksentscheide, Volksabstimmungen und so weiter. Das kann man ja alles mit in die Diskussion reinnehmen, aber eben, meine Vermutung ist am Ende, ist doch die Wohlfühlstimme und so weiter, die 20 Reformen der nextscientistsforfuture, dann doch eben fundierter. Ja, früher war Gesundheit ein Bereich des Ehrendienstes, heute eine Einnahmequelle. Ja, das spricht den Aspekt an, dass im Laufe der Zeit natürlich immer eine immer stärkere Kommerzialisierung und ein immer noch stärkerer Kommerzialisierungsdruck dem Ganzen natürlich besonders schlecht getan hat. Kein Arzt kann sich heute aus ökonomischer Sicht gesunde Patienten erlauben. Genau, genau, einer sagt, kranke Menschen sind erwünscht. Ja, aber Vorsicht, diese Dinge laufen eher unbewusst. Schluck Wasser. Unten rechts am Zahnrädchen schneller drehen, diese Sendung, weil ich ja so langsam rede. Ja, kranke Menschen bringen Geld, aber es sind eben diese vorteilbringenden Irrtümer, aufgrund derer die Ärzte ihr eigenes Verhalten für völlig richtig halten. Sie sind sich also ihrer eigenen vorteilbringenden Irrtümer ja nicht bewusst, sonst wären es ja keine Irrtümer, ja, sondern sonst wären es ja aktive Betrugsmechanismen. Nein, in der Medizin haben sich über die Jahrtausende hinweg lauter vorteilbringende Irrtümer angehäuft. Und das führt dazu, dass letztendlich Krankheit gefördert wird und daran gut verdient wird. Fantastische Sendung. Es ist nicht nur die Politik korrupt, leider auch die Ärzte, die an uns verdienen und da muss sich sehr viel ändern, wenn wir das Ziel für besseres Leben erreichen wollen. Ja, aber eben auch dort würde ich wieder sagen, die Politik ist nicht korrupt, sondern sie ist, sie irrt sich und sie hat einfach die gleiche Meinung wie ihre Freunde von den Lobbyisten, von den Konzernen, von den Großfirmen, ja, von der High Society. Die haben einfach die gleiche Meinung und merken dabei gar nicht, dass sie damit den Bürgern schaden und dass sie Systeme zulassen, die auf Kosten der Bürger laufen und gegen die Gesundheit der Bürger laufen. Ja, einfach weil sie so gut befreundet sind mit denen, die anders denken und die selbst so voll sind, also die Lobbyisten und die Konzerne, die Nahrungskonzerne, die Pharmakonzerne, die Impfkonzerne, die Medizinkonzerne sind so voll von vorteilbringenden Irrtümern und wenn man mit denen befreundet ist, färbt das automatisch unheimlich ab, sodass dann also die Politiker irgendwann die gleichen vorteilbringenden Irrtümer im Kopf haben wie die Konzerne und dadurch machen dann die Politiker die Politik und deswegen muss ja, sollte ja auch sowas ähnliches wie die Wohlfühlstimme eingeführt werden, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, die Wirtschaftswunderdaten, die darüber entscheiden, ob eine Partei endgültig abgewählt wird und nie mehr wieder eine Chance bekommt, ja, weil durch die Wohlfühlstimme wird alles völlig offensichtlich, nämlich wie es den Bürgern geht, da wird jeden Tag deutlich, wie es den Bürgern in einem Bundesland oder in einer Kommune geht und entsprechend fallen dann die Landtagswahlen und die Kommunalwahlen aus und eine Partei, die in einem Bundesland oder in einer Kommune sozusagen weiterhin die vorteilbringenden Irrtümer beibehalten hat, der guten Freunde, der Lobbyisten, der Großkonzerne, der Nahrungskonzerne, der Pharmakonzerne und so weiter. Diese Partei wird halt nie wieder gewählt, weil die Bürger nämlich erkennen, aha, da hat diese Partei Politik gemacht, die den Bürgern und der Gesundheit der Bürger schwerst geschadet hat. Also werden wir bundesweit, diese Partei wird die niemand mehr wählen. Also wird die Politik ab dem ersten Tag nach der Einführung der Wohlfühlstimme, muss die Politik jeden Tag sich mit den Bürgern und deren Wohlergehen und deren Wohlfühlen beschäftigen und deren Gesundheit. Wenn sie sich noch einen Tag mit den guten bisherigen Freunden, den Großkonzernen und den Lobbyisten zusammensetzen, dann werden sie mit Garantie abgewählt, weil die Wohlfühlstimme, die sagt einfach nur, liebe Politiker, ihr müsst neue Freunde haben, die Bürger, ihr kriegt ja auch alle was dafür, liebe Politikkönige, ihr kriegt, das ist ja auch der Denkfehler von Markus Krall, der sich sehr gegen die Politik stellt und quasi ganz viele Reformen vorschlägt, die die Politiker beschneiden, ja aber warum sollen sie dem dann zustimmen und wie viele Jahrzehnte wird das dauern, bis eine entsprechende Krall-Partei oder bürgerliche Revolutionspartei, Atlas-Initiative-Partei, wie viele Jahrzehnte wird das dauern, bis die 51 Prozent hat, denn ein Koalitionspartner wird nie mitmachen, weil ja die Reformen von Markus Krall quasi die Politiker, quasi die meisten Politiker in die Arbeitslosigkeit schicken würden und das geht eben nicht, ja und deswegen muss man sagen, liebe Politikkönige, die Wohlfühlstimme bietet euch selbst tausendmal mehr Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlfühlen, tausendmal mehr Lebensglück und sie bietet euch erhöhte Diäten, denn ihr werdet natürlich an dem Wirtschaftswunder von 500 Milliarden Euro jährlich, das die 20 Reformen der NextScientistsForFuture.de erzeugen, werdet ihr natürlich beteiligt und dadurch vermisst ihr dann auch gar nicht mehr die Parteispenden, ihr vermisst auch gar nicht mehr die Jobs aus der Richtung der Großkonzerne und der Wirtschaft und so weiter, die fallen natürlich alle weg, aber dafür kriegt ihr eben erhöhte Diäten und dann geht es euch also finanziell, gesundheitlich und von der Lebensfreude tausendmal besser als vorher und ihr wechselt nur eure Freunde, die Bürger werden jetzt eure Freunde, um die ihr euch jeden Tag jetzt kümmert und für die ihr die besten Berater der Welt ständig zu Rate zieht, um eben für die Bürger, für eure neuen Freunde das Beste zu machen. Bisher war das System so, dass es ganz menschlich und ganz verständlich war, dass eure besten Freunde die Pharmakonzerne waren, die Medizinindustrie, die Lobbyisten und die Großkonzerne und die Nahrungskonzerne ist doch klar, warum soll man sich nicht, wenn man erfolgreich ist, mit der High Society zusammensetzen, aber gut, wenn ihr selber glücklicher und gesünder leben wollt und mehr Diäten bekommen wollt und so weiter, dann müsst ihr euch jetzt ab jetzt halt um die Bürger kümmern und das macht die Wohlfühlstimme. Und da ist der Unterschied. Krall geht Kontrapolitiker und die Next Scientists for Future gehen zusammen mit den Politikern den Weg zur besseren Gesellschaft. Ja, denn mit dem Kontra kommen wir nicht weit, da kommen wir zu gar nichts. Ja, insofern und wir müssen uns klar sein, die Politik ist eben nicht korrupt. Sie ist einfach nur sehr gut befreundet mit den Großkonzernen, die voll sind von vorteilbringenden Irrtümern. Und da ist das eigentliche Problem. Ja, noch ein paar Kommentare. Ganz tolle Gäste. Dieser Mann bringt es auf den Punkt, der da gerade spricht. Meiner Meinung nach sagt Dylan hier etwas sehr Wichtiges. So war guter Ansatz zur Wurzel des Übels. Wir brauchen umfassende Reformen. Genau. Der gute Mann hat Recht, nur will man ihn irgendwie nicht verstehen. Ja, das ist das Dilemma, aber das ist eben eher ein Nicht-Können, Nicht-Verstehen-Können. Wir kommen ja heute auch zu Sarrazin, wir kommen ja auch zur Dummheit, zur mangelnden Intelligenz in Deutschland und so weiter. Wir kommen ja alle zu diesen Themen ja auch gleich. Aber ich glaube schon, man will verstehen, aber man kann eben auch nicht so richtig. Ja, das ist so, gerade, das sieht man ja auch bei den Linkskriminellen und Rechtskriminellen, die können nicht verstehen. Da reicht ihre Intelligenz einfach nicht aus. Das ist bei Verfassungsfeinden nicht gegeben. Aus tiefstem Herzen bedanke ich mich. Danke an alle sehr gute Diskussionen. Sie müssen mit ihrer sehr guten Aufklärung mehr Leute via Internet erreichen. Ja, also ich denke, das war alles, was wirklich neu war jetzt hier an Kommentaren. Ich habe sogar den Eindruck, da hat sich einiges, da hat sich was gedoppelt. Ja, und wenn was doppelt ist, na, das merkt man ja dann. Ich glaube, da ist irgendwas aus Versehen doppelt. Naja, es spielt aber keine Rolle. Das erkennt man ja dann, wenn zwei Kommentare mit dem gleichen Text sind, dann muss man sich einen wegdenken. Ja, so, dann sind wir hier wieder zurück bei unserem Tagesbild und gehen jetzt mal die Kurznachrichten durch, bei denen wir allerdings auch schon sehr viel eingehen auf die Tagesthemen. Ja, das Dilemma ist wirklich, wenn man so mitkriegt, Thilo Sarrazin, ja, also zu Thilo Sarrazin passt auch das. Thilo Sarrazin sagt so irgendwie, irgendwie sowas Nebulöses. Der geht so den Irrweg, ja, wir müssen Deutschland und die Deutschen retten. Und es wird ihm natürlich deswegen dann auch teilweise zu Recht vorgeworfen, dass er da irgendwie gearteten Rassismus betreibt und so weiter, ja. Wir sollten es mal genau umgedreht sehen. Wir wechseln mal, also gehen mal genau in die Gegenposition von Herrn Sarrazin. Vielleicht ist es einfach gerade so, dass alles, was im Moment geschieht, einfach deswegen ist, weil Deutschland und die Deutschen durchschnittlich eine unheimlich niedrige Intelligenz haben und aufgrund ihrer niedrigen Intelligenz auch sozusagen keinerlei Überlebensfähigkeit haben, keine Fähigkeit haben, sich in irgendeiner Weise zu wehren oder für sich selbst sich einsetzen zu können. Sie sind quasi ohne eigene, sie haben eigentlich in der Evolution keine Kampfkraft, die Deutschen. Und das ist aufgrund ihrer mangelnden Intelligenz, ja. Also, und in Deutschland ist es ja auch so, gucken Sie mal an, wie die Situation in Deutschland ist. Jeder geistig, ja, jeder Mensch mit niedrigen Intelligenzquotienten fühlt sich berufen, Zukunftsbilder für die Gesellschaft der Zukunft zu entwerfen. Und wir haben mittlerweile so viel vermeintliche Genies, die meinen, sie sich dazu berufen fühlen, also neue Zukunftsbilder und neue Weltmodelle zu entwickeln, wie wir Bürger in Deutschland haben, ja. Also, die Leute sind nicht in der Lage, sich erst einmal zu fragen, ist denn irgendwie bewiesen, dass ich zu den Intelligentesten gehöre und dann erst den Mund aufzumachen? Nein, also die Menschen, in Deutschland sind wir in der Situation, dass die Menschen so wenig Intelligent sind, dass sie sich noch nicht mal fragen können, ob sie denn überhaupt zu den Intelligentesten gehören und dann sagen, naja, okay, ich gehöre ja eigentlich nicht zu den Intelligentensten, ich sollte mir nicht anmaßen, jetzt irgendwelche Zukunftsbilder zu malen, und ich habe wahrscheinlich keine Ahnung von den Dingen. Nein, zu solcher, in einer Intelligenzleistung sind die Deutschen nicht mehr fähig. Wir haben in Deutschland Millionen Konzepte, die sich anbieten und die alle daneben liegen und so weiter und die alle, wenn die Leute sich mal fragen, wenn die intelligent genug wären, sich selbst zu fragen, bin ich denn überhaupt intelligent genug, um ein neues Gesellschaftsmodell zu entwickeln, die sich selbst sofort antworten müssten, nein, ich habe eigentlich gar keinen Beweis dafür, dass ich besonders intelligent bin, ich sollte es lassen und sollte das Denken lieber den Pferden überlassen, die haben einen größeren Kopf dazu. Das geschieht nicht. Nein, in Deutschland ist es ein völlig wirres Land, in dem all die, die eigentlich gar nichts können, den Blick versperren auf die Leute, die das können. Ja, und insofern ist es, also insofern Gruß an Thilo Sarrazin, ist es doch vollkommen richtig, dass Deutschland ausstirbt und die Deutschen ausstirben und Europa vielleicht noch gleich mit, ja, denn wir sind einfach, wir haben so viel Intelligenzmangel hinter uns, dass wir, ja, also zur Intelligenz, zur Intelligentenfähigkeit gehört eben auch die Fähigkeit, dass die richtigen Leute ausreichend viele Kinder bekommen in einem Staat und das können wir nicht, wir sind dafür zu dumm, dafür ist Deutschland zu dumm. Ja, also, und andere Kulturen, die haben sich selbst geschützt vor so viel wirren Gedanken und davor, dass jeder plötzlich meint, er könnte neue Weltbilder erfinden, die haben einfach ganz klar gesagt, nein, zum Beispiel unser Allah, der sagt uns, wo es lang geht und man soll sich nicht anmaßen, schlauer zu sein als Allah, das ist auch eine Form der Intelligenz, zu sagen, nein, wir wollen dieses ganze, diesen ganzen pseudowissenschaftlichen Wucherwald und dass jeder sich anmaßt, er hätte ein neues Weltbild und eine neue Weltvorstellung, solchen Wirrwarr wollen wir gar nicht haben, der lenkt uns nur davon ab, genügend Kinder zu kriegen und so weiter und für unsere Stärke unserer Bevölkerung zu sorgen und so weiter. Ja, also insofern sind einfach andere Kulturen vielleicht einfach, lieber Herr Sarrazin, klüger als die Deutschen und als Deutschland und als Europa. Ja, und das ist doch ganz klar, in der Evolution überlebt immer das, was ein bisschen klüger ist als das andere. Ja, das, was ein bisschen dümmer ist, stirbt aus und was ein bisschen klüger ist, breitet sich aus auf der Welt und das war schon immer so. Und da so eine Art nationalistisches Denken zu machen, wir müssen Deutschland retten, wir müssen Deutschland die Deutschen retten. Wozu, ja, wozu sollen wir die weniger Intelligenten retten, wenn Intelligentere kommen? Ja, also man kann es auch eben mal so rum betrachten, ja. Also ich habe, musste, habe auch in den letzten Tagen eben, wie gesagt, nochmal für mich eben auch erfahren müssen, ja, in Deutschland, wir haben keine Intelligenz mehr in Deutschland. Wir haben überall Pseudowissenschaftler, wir haben Pseudowissenschaft, wir haben Pseudonaturwissenschaft, wir haben nur noch ganz wenige echte naturwissenschaftliche Denker, wie sie bei dem Weltrat und den Next Scientists versammelt sind, aber sonst haben wir nichts mehr, ja. Wir sind, wir sind, wir gehören zu den am wenigsten Intelligenten der Erde und es ist doch ganz normal, dass die aussterben, ja, das ist einfach so. Was dekadent ist, stirbt halt aus, ne, ja. Ja, also für die Klügsten ist also Deutschland einfach nur schrecklich frustrierend, ja, weil da, wie gesagt, gegenüber einer Pseudowissenschaftlichen Wirrheit, in der Menschen mit niedrigster Intelligenz sich berufen fühlen, Weltkonzepte zu entwerfen, dagegen ist eine Kultur viel klüger, die sagt, Leute, haltet den Mund und hört auf Allah. Die ist einfach klüger, ja, weil dann wenigstens die muslimischen Konzepte, der Islam ist insgesamt intelligenter als dieses Wirrwarr an Pseudowissenschaftlichen und esoterischen und sonstigen Konzepten, wo jeder in Deutschland von 60 Millionen Erwachsenen, 60 Millionen sich berufen fühlen, irgendwie der Welt zu sagen, wie die Welt sein müsse, ohne sich selbst zu fragen, bin ich denn überhaupt intelligent genug dafür, überhaupt zu wagen zu dürfen, den Mund aufzumachen, sollte ich nicht anständigerweise einfach den Mund halten und mich erst mal fragen, ob ich denn überhaupt jemals irgendwie einen Beweis hatte, dass ich zu den Intelligentesten gehörte. Und demgegenüber ist vielleicht eine Kultur einfach viel intelligenter, die sagt, Leute, haltet den Mund und hört auf Allah. Der weiß es besser als ihr. Ihr seid nicht schlauer als ihr. Vielleicht ist es so, dass wir einfach akzeptieren müssen, Deutschland ist nicht mehr zu retten und die Deutschen schon gar nicht, weil sie längst vom durchschnittlichen Intelligenzquotienten her weit unter dem Weltniveau gelandet sind. Das ist einfach wahrscheinlich die Tatsache. Ja, und in Deutschland ist es ja auch so, ja, also man kann so sagen, die relativ Dümmeren sind in jeder Kultur, allerdings immer natürlich in der Überzahl. Ja, wir müssen uns das also nochmal klar machen. Leider ist es so, das ist das traurige Lied für alle Hochbegabten und für alle klugen Menschen der Erde. Also leider ist es so, immer sind die Dümmeren in der Überzahl. Die sind immer die Masse. Und die Klügeren sind immer nur ein winziges Rennsal, sozusagen. Aber eben, Deutschland ist wohl nicht mehr zu retten. Also von wegen, Thilo Saga zieht Deutschland, schafft sich ab. Ja, wahrscheinlich ist es einfach so, dass die Intelligenz in Deutschland so gering ist, dass die Deutschen jetzt aussterben und Deutschland auch volkswirtschaftlich vielleicht pleite geht oder dann von den Zuwanderern wieder wirtschaftlich erneuert wird, die sich auf jeden Fall in gewisser Weise im Moment als die Klügeren erweisen, sozusagen. Denn sie sind in der Lage, hier nach Deutschland zu kommen, klug genug nach Deutschland zu kommen. Sie sind klug genug, viele Kinder zu bekommen. Sie sind klug genug. Ja, und all das sind wir Deutschen nicht mehr. Wir sind nicht mehr in der Lage, irgendetwas für uns selber zu tun. Wir sind nur noch da, wir verwalten nur noch den früheren Reichtum und den verlieren wir jetzt nach und nach und werden langsam arm, sozusagen. Und in Deutschland kämpfen sozusagen die Arbeitsplatzbesitzer und irgendwelche geistig verwirrten Behörden, die durch Fehlanreize gegen die Bürger arbeiten. Also man kann sagen, die Arbeitsplatzbesitzer zusammen mit den Gewerkschaften und den Behörden kämpfen gegen die Arbeitslosen, sodass wir immer möglichst viele Massenarbeitslosigkeit bewahren und erhalten. Das ist so ein intelligentes Land, hat es ja nicht verdient zu überleben in der Evolution. Da kommt halt klügeres und stringenteres und lebensbejahenderes und dann sterben halt die Deutschen aus. Und das können wir halt nicht ändern. Irgendwie ist es nichts mit der Intelligenz der Deutschen und der Deutschlands. Ja, deswegen müssen wir ganz scharf Thilux Sarrazin kritisieren. Hören Sie auf mit dieser Anti. Sie beziehen sich, Sie beschmutzen die Biologie, Herr Sarrazin, weil Sie sich nicht richtig auf die Biologie beziehen. Sie beschmutzen sie, weil Sie eben auch nur wieder ein Pseudo-naturwissenschaftlicher Denker sind. Wären Sie ein echter Naturwissenschaftler, würden Sie sagen, na, vielleicht ist alles, was passiert, eben diese Sache, weil Deutschland einfach die Deutschen einen Intelligenzmangel haben und andere Kulturen einfach intelligenter sind und eben solch einen Wirrwau war und solch einen Pseudo-wissenschaftlichen Größenwahnsinn so vieler wirrer Köpfe sozusagen nicht zulassen. Und da sind die anderen Kulturen vielleicht klüger drin, ja, sozusagen, haltet den Mund, hört auf Allah und gehorcht, ist vielleicht in der Summe viel intelligenter, als zu sagen, jeder Unintelligente darf und soll überall rumblöken, was er für ein völlig falsches Konzept über die Welt hat. Ja, und jeder darf da Reden halten und Markus Krall darf Reden halten und kriegt Preise dafür, dass er völlig unrealistische und unrealisierbare Konzepte formuliert, die einfach nicht realisierbar sind, weil sie quasi sich mit den Politikern anlegen, anstatt mit ihnen zusammenzuarbeiten und gemeinsam die bessere Welt zu erschaffen. Aber das kann eben ein Markus Krall nicht. Er kann nur gegeneinander. Er kann nur die anderen angreifen gegeneinander und damit wird er nichts erreichen. Denn niemals werden die Bürger aufstehen und eine bürgerliche Revolution machen. Das wird nicht kommen. Es gibt ja noch nicht mal eine Partei, die sich auf Krall beruft. Sogar die AfD hat sich noch nicht offen zu seinen Reformkonzepten gestellt. Ja, sollte sie auch besser lassen. Ja. Einerseits sagt Thilo Sarrazin richtig, ja, die Ausbreitung der Menschen war extrem langsam. Es gab in der Evolution keine Wanderungsbewegungen. Wanderungen über größere Distanzen sind eine völlig neue Erfindung. Ja, durch Flugzeuge, durch Schiffe und so weiter. Aber die ganzen letzten 13,8 Millionen Jahre der menschenähnlichen Evolution sozusagen sind so verlaufen, dass also erst einmal bis vor circa 100.000 Jahren sich alles in Afrika abspielte, weil das, was vorher ausgewandert war, waren Homo erectus Varianten. Das hat nichts mit uns zu tun, kann man sagen. Nein, unsere Vorfahren, Homo sapiens sozusagen, ist erst ab circa 100.000 Jahren überhaupt, hat überhaupt jemand Afrika erst mal verlassen. Und das ging nicht so, dass die gewandert sind, sondern die haben sich so alle 20 Jahre fünf Kilometer verschoben. Das muss man sich vorstellen, wie wenn so eine Gruppe irgendwie lokal fest irgendwo lebt und sich dann so in alle 20 Jahre vielleicht ein paar Kilometer verschiebt oder vielleicht eine Untergruppe, Ablegergruppe sozusagen ein paar Kilometer weiter entsteht. Und wenn sie nämlich sozusagen 100.000 Jahre lang, also durch 20, das wären 5.000, also dann sind sie 5.000 mal 5 Kilometer sozusagen, dann sind sie in 100.000 Jahren sind sie dann 25.000 Kilometer weit gekommen und damit kommen sie sozusagen ans Ende der Erde. Ja, also das heißt, gewandert wurde nie, Gewanderung ist was Modernes, ja, was weiß ich, Alexander der Große, der mag mit seinen Militärzügen eine gewisse Distanzen überwunden haben, Hannibal, gewisse Distanzen, die Europäer, die Amerika, Südamerika und Nordamerika erobert und abgeschlachtet haben, das sind alles moderne, ganz moderne Dinge, das hat nichts mit der, gesamte Evolution verlief, eigentlich ganz langsam, es gab keine Wanderung, der Mensch war nie ein Wanderer, sondern ganz langsam hat er sich ausgebreitet, alle 20 Jahre ungefähr 5 Kilometer und so kriegen sie nämlich auch die Welt voll, wenn die Menschen alle 20 Kilometer ihr Lager um 5 Kilometer verschieben, dann oder ein neues Lager 5 Kilometer weiter entsteht, dann sind sie, haben sie die Erde auch ganz schnell voll, innerhalb von 100.000 Jahren. Ja, ja, das ist also das, was wir jetzt Hilosarrazin sagen müssen, hören Sie auf mit dieser Deutschtümelei, mit dieser antinaturwissenschaftlichen, pseudobiologischen Tendenz zu sagen, ja, wir müssen irgendwie die Deutschen und Deutschland retten, das ist Nationalismus, als Evolutionsbiologen müssen wir eventuell einfach akzeptieren, dass die Deutschen schon längst viel zu viel durchschnittlich an Intelligenz verloren haben und in einer so pseudowissenschaftlichen, ja, vielleicht ist es eben gerade unintelligent, 50 Prozent aller Kinder Abitur machen zu lassen, ja, weil dann die volkswirtschaftliche Produktivität sinkt, wenn man auch lauter unfähige Leute Abitur machen lässt, dann sind die noch vier Jahre länger auf der Schule und dann sind sie noch fünf Jahre in der Universität und können am Ende trotzdem nichts außer Taxi fahren und so weiter, da hätten sie auch gleich Taxi fahren können. Also wir haben sozusagen so eine Welt des Pseudogebildetseins und des Pseudowissenschaftlichen aufgebaut, wobei ich mich bei den meisten Wissenschaftlern, die man so im Internetfernsehen und so mitkriegt, fragt, ob die jemals, ob die überhaupt bis drei zählen können, diese Professorinnen und, ja, also da hat man auch den Eindruck, ja, es ist ja schön, dass wir alle Gleichberechtigung wollen, aber wenn sie den Eindruck haben, dass die Professorinnen, die da im Fernsehen auftreten, da eigentlich gar nicht wissen, von was sie reden, weil sie eher so als Quotenfrauen ihre Professur bekommen haben oder weil sie eben vielleicht ganz sexy waren für die Professoren oder so, ja, das ist eben, ja, wir sind, ja, warum ist es nicht wie vor 50 Jahren, wo nur 5% der klügsten Kinder überhaupt Abitur machen durften, ja, ja, warum, bei uns ist alles so eine Pseudo-wissenschaftliche, Pseudo-gebildete Welt geworden, die aber nur eins verdeckt, nämlich dass das ganze Land unintelligent geworden ist und wirkliche biologische Prinzipien gar nicht versteht, ja, also, und bei Thilo Sarrazin ist eben, er zieht die Biologie in den Schmutz, weil er biologische Halbwahrheiten mit teilweise wahrscheinlich wirklich nationalistischen Gedanken gut zusammenbringt und anstatt zu sagen, ja, da läuft vielleicht gerade eine Evolution, dass Deutschland gerade eben, dass die Klugen aus aller Welt einwandern, ja, ich habe jetzt oft auch andersrum gesagt, weil naturwissenschaftlich kann man es auch andersrum sagen, wir müssen bei jedem, der zuwandert, natürlich immer die Frage stellen, dass es immer gut ist, wenn die Zuwandern möglichst klug sind, ja, Multikulti gerne, aber natürlich immer die Leistungsfähigsten ins Land zu lassen. Ja, und das dabei, dabei habe ich die Möglichkeit offen gehalten, dass es natürlich sein kann, dass mancher, der zuwandert, eben vielleicht nicht gebildet genug ist und nicht bildbar genug ist, um wirklich Deutschland zu bereichern. Aber vielleicht ist schon längst der Intelligenzdurchschnitt der deutschen Bevölkerung so gering, dass sogar, dass eigentlich jede Zuwanderung vielleicht wirklich intelligentere ist als die Deutschen und dann wäre es ja auch gut so. Also insofern sozusagen, ja, also echte Naturwissenschaft ist immer offen für beide Möglichkeiten. Ist offen für die Möglichkeit, dass vielleicht Zuwanderer niedrigen Intelligenzquotienten und kleine Gehirne haben, aber ist immer auch offen dafür, dass Zuwanderer selbstverständlich auch größere Gehirne haben können als die deutsche Bevölkerung. Ja, also vielleicht, also diese Offenheit fehlt mir bei Sarrazin. Ja, da ist sozusagen so, da steckt was dahinter, wie Deutschland darf sich nicht abschaffen, Deutschland muss gerettet werden, die Deutschen müssen gerettet werden. Warum? In der Evolution ist immer so, dass das Klügere überlebt und das Dümmerer ausstirbt. Und wenn die Deutschen halt jetzt die Dümmeren sind, ja, dann sollen sie halt auch aussterben. Ja, das ist doch alles kein Problem. Ja, also bei Sarrazin müssen wir diesen versteckten Nationalismus kritisieren. Ja, denn die Deutschen sind es doch, die so wenig Intelligenz sind, dass sie eine selbstzerstörerische Bevölkerungspolitik machen. Ja, vielleicht sind ja eben doch die Zuwanderer intelligenter. Ja, vielleicht ist es gar nicht schlimm, wenn die dummen Deutschen verschwinden. Ja, das ist vielleicht so. Vielleicht in Deutschland haben wir 60 Millionen Menschen, die glauben, alles zu wissen und in Wirklichkeit gar nichts gelernt haben und überhaupt von nichts eine Ahnung haben. Und solch eine verrückte Kultur muss vielleicht aussterben. Ja, vielleicht gibt es da auch gar keine... Thilo Sarrazin spricht davon, die deutsche Kultur zu bewahren. Ja, vielleicht eine solche Kultur, die einen solchen Wahnsinn hervorgebracht hat, dass sich 60 Millionen Erwachsene sich alle Größen wahnsinnig anmaßen, sie wüssten alles über die Welt und wüssten, wie alles ist und so weiter. So eine verrückte Kultur muss vielleicht aussterben und sollte auch aussterben, weil sie überhaupt keine Selbstkritikfähigkeit mehr hat. Also auch gar keine... Zur Intelligenz gehört immer die Fähigkeit, sich zu fragen, könnte es nicht sein, dass ich mich total irre? Könnte es nicht sein, welche Hinweise habe ich auch? Haben auch genügend Professoren über mich überhaupt geschrieben, dass ich ein Ausnahmetalent der Wissenschaft bin und so weiter, dass ich mir überhaupt anmaßen kann, neue Dinge zu entwickeln? Solche Fragen stellt sich jeder kluge Mensch. Aber wir haben in Deutschland 60 Millionen Menschen, von denen sich kein einziger das mehr fragt. Also können wir rückschließen, die sind alle nicht mehr klug. Naja gut, dann ist es doch auch nicht schlimm, wenn diese Kultur der Dummheit ausstirbt. Ja, Herr Sarrazin, was wollen wir da bewahren an solch einem kranken, verrückten, intelligenzgeminderten Bevölkerung? Warum sollten wir da irgendetwas bewahren? Sagen Sie es mir. Ein Stück Wasser. Das ist dann zwar vielleicht ein bisschen nicht so nett, weil natürlich jeder jetzt, der so typisch deutsch ist, natürlich auch sehr gerne mit typisch deutschen Menschen zusammen ist. Aber wie gesagt, wenn die Evolution verläuft, immer so, ja, dass irgendwie dann halt letztendlich, ja, vielleicht muss Deutschland verschwinden. Ja, das Dimmere stirbt immer aus, wenn das Klügere kommt. Ja, und vielleicht ist es einfach so, dass auch ich und wir sozusagen auch natürlich uns schwer damit zu tun, zu erkennen, dass wir vielleicht gerade die Dümmeren sind, die aussterben müssen. Ja, das fällt einem natürlich schwer, aber sie sind hier ja auf dem Kanal für die klügsten Menschen der Erde und genau diese Offenheit unterscheidet ja den Klügsten von den Dummen, dass wir eben auch denken können, dass wir es vielleicht gerade sind, die zu Recht aussterben. Ja, das ist vielleicht gerade so richtig so. Aus irgendwelchen Gründen haben wir dafür gesorgt, dass unser Intelligenzdurchschnitt drastisch abgesunken ist. Wir zehren noch von den früheren Kompetenzen. Ja, wir verkaufen immer noch Autos, wobei die Zukunft der Menschheit schon längst bei anderen Produkten liegt, aber wir zehren noch davon, dass es vor 100 Jahren noch ein paar intelligente Deutsche gab, die das Auto erfunden haben. Ja, davon zehren wir noch, aber wir sind in einem ständigen Niedergang begriffen und haben jetzt die letzten 100 Jahre, letztendlich ist unser Intelligenzdurchschnitt eben drastisch gesunken. Ja, die Deutschen waren so dumm, dass sie ihre Kinder nicht vor den tausenden pseudowissenschaftlichen und esoterischen Spinnereien und Träumereien schützen konnten. Und ja, so ist es eben. Da sind die Muslime eben klüger. Sie schützen ihre Kinder vor solchen Verwirrungen. Ja, und sagen, wendet euch ab von solchen esoterischen, spirituellen, spinituellen, pseudowissenschaftlichen Träumereien. Hört auf Allah, hört auf den Koran, da habt ihr was Solides. Ja, und dazu ist, eventuell ist das eben eine größere Intelligenz. sich auf etwas wenigstens zu konzentrieren, was wenigstens ziemlich effizient ist und ziemlich klug ist, das ist vielleicht eben klüger, als zuzulassen, dass die Kinder sich in esoterischen, spirituellen Verwirrungen und pseudowissenschaftlichen Verwirrungen wie der universitären Soziologie, dem verwirrsten Fach der gesamten Wissenschaftsgeschichte und anderen Träumereien und Spinnereien zu verirren. Ja, vielleicht ist es klüger, wenn eine Kultur ihre Kinder vor solchen Verwirrungen schützen kann. Deutschland war nicht in der Lage, den Blick auf die echte Naturwissenschaft zu richten, war nicht in der Lage, Charles Darwin zu verstehen, nicht in der Lage, Alfred Russell Wallace zu verstehen, und war nicht in der Lage, Wissenschaft auf echte Wissenschaft zu konzentrieren. Deutschland war nicht klug genug, Pseudowissenschaft zu verhindern. Deutschland war nicht klug genug, Soziologie zu verhindern. Und Deutschland war nicht klug genug, all diesen Wirrwarr und die ganze Esoterik zu verhindern. Und deswegen stirbt das vielleicht zu Recht aus, weil das wirklich das Dümmste ist, was man tun kann. Gucken wir uns doch an, die Muslime sind in der Lage, sie sind in der Lage, in andere Länder zu reisen und zu wandern, sie sind in der Lage, sie sind klug genug, viele Kinder zu bekommen, sie sind klug genug, ein besseres Familienleben hinzukriegen als die Deutschen. Und ja, und deswegen sind sie vielleicht auch am Ende die Klügeren. vielleicht insofern bin ich Thilo Sarrazin dankbar, dass er uns nochmal klargemacht hat, dass wir natürlich immer auch offen sein müssen für die gegensätzliche Sichtweise, dass nämlich wir vielleicht einfach die Degenerierten sind, die Intelligenzgeminderten, die Dummen sind und dass es einfach nur nochmal so ein Zufall ist, dass die glücksten Wissenschaftler der Erde, die genau das denken können, zufällig wieder viele davon auch aus Deutschland stammen, aber wir sind ja auch alle inspiriert von den besten Wissenschaftlern aus England, aus USA und so weiter, also auch das, was die Next Scientists for Future hier haben und der Weltrat und the World Council of Wise People, das Know-how stammt überwiegend aus dem Ausland, das stammt ja auch nicht aus Deutschland, Darwin ist Engländer, Wallace war Engländer, war Engländer, Professor Franz de Waal ist Holländer, der jetzt in den USA lebt, die ganzen großen Professoren, von denen wir gelingen, Richard Dawkins ist Engländer und alle großen Professoren und so weiter, nur die früheren waren Europäer und also die Alten, die schon gestorben sind, sogar Stephen Hawking war Engländer, also eigentlich kann man sagen, der Weltrat ist eigentlich ein amerikanisch-englischer Weltrat, denn das, was Deutsche beigetragen haben zu, ist schon ewig her, der letzte kluge Deutsche war ja glaube ich vielleicht Gregor Mendel, aber auch schon Isaac Newton war Engländer, Sir Isaac Newton mit der Gravitationsnatur gesetzt, der Gravitation, ja, also wir müssen schon sehr weit zurückgehen in der Geschichte, um noch kluge Deutsche zu finden, also insofern ist eigentlich Next Scientist for Future und Weltrat ist eigentlich eine nicht-europäische Geschichte, die nur zufällig in Europa entstanden ist, weil ein paar wenige Leute eben auch in Europa noch mal was drauf hatten, ja, aber wir müssen vielleicht erkennen, dass wir einfach auch im falschen Land sind, kluge Wissenschaft ist in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten eigentlich nur noch in den USA und England gewesen und eigentlich müssten wir jetzt eigentlich in England und in den USA sein und weil wir da vielleicht größere Chancen hätten auf echte Wissenschaftler zu treffen, in Deutschland haben wir vielleicht gar keine echten Wissenschaftler mehr. Wir haben sozusagen 50 Prozent der Kinder gehen zum Gymnasium, obwohl sie eigentlich noch nicht mal intelligent genug sind, um zur Hauptschule gehen zu dürfen. Viele von den Kindern, die mal auf dem Gymnasium haben, wären besser wahrscheinlich in der Sonderschule aufgehoben und trotzdem lassen wir sie sozusagen die Bildung verwässern und das gesamte Gymnasium verbessern und vielleicht sind es genau solche Klugheitsmangel, solche Intelligenzmangel, weswegen zu Recht Deutschland und die Deutschen verschwinden werden. Das ist vielleicht einfach so. Ja, vielleicht sollten die Next Scientists for Future und der Weltrat, die Professoren, lieber Kinder mit Amerikanern und Engländern haben und einfach akzeptieren, dass Deutschland ausstirbt und kaputt geht. Ist halt einfach so. Fete Intelligenz? Ja, ich will nicht die andere Seite übersehen. Ja, ich erinnere mich an den Doktor der Physik von dem VIA 2020, wenn das klappen würde und man dann zehn Millionen Klicks kriegen würde, vielleicht würde auch alles ganz anders rauskommen. Vielleicht stellt sich am Ende doch raus, dass Deutschland doch noch klug genug war. Aber vielleicht auch nicht. Und dafür ist Sarrazin irgendwie nicht offen. Der ist irgendwie so vernarrt in Deutschland und in die Deutschen. Und das ist was Nationalistisches. Und das hat nichts mit Biologie zu tun. Ja, und bei Krall ist es eben auch so, dass seine Konzepte ja auch die Ursache aller Probleme verfehlen. Also wenn wir die drei Zentralursachen haben, ja, wir haben drei Zentralursachen aller Menschheitsprobleme. Wir haben den freien Markt und die freie Arbeitsteilung und das beides bejaht Krall. Und damit löst er das Problem mit seiner bürgerlichen Revolution keines der ursichtlichen Probleme. Und dann haben wir eben das dritte große Irrtum ist dieser Aberglaube, dass jedes Kind, das geboren wird, gleichermaßen ein Genie sei, ein potenzielles Genie und man nur so ein bisschen Dünger an Bildung drauf schütten müsse und dann würde aus jedem Kind ein Genie werden. Nein, die Evolution ist ein Ungleichheitserzeuger und sie erzeugt aktiv immer dümmere und klügere und dümmere und klügere also die Evolution erzeugt aktiv immer Unterschiede zwischen den Menschen und dann kommt noch dazu wenn zwei Eltern ein kleines Gehirn haben dann werden die Kinder auch ungefähr kleinere Gehirne haben aber manche werden noch dümmer sein und manche werden ein bisschen klüger sein und wenn zwei Eltern zwei 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 Liter Gehirne haben hier ganz außen dann werden die Kinder ein Kind wird vielleicht 1,8 Liter haben ein anderes wird 2,1 Liter Gehirnvolumen haben aber unsere Professorinnen kriegen ja kaum noch Kinder also wird das wahrscheinlich auch kaum noch passieren ja und wir müssen einfach akzeptieren also diese drei großen Zentralirrtümer sind sind eben in Deutschland so weit verbreitet dass deswegen Deutschland nicht mehr intelligent genug ist für den weltweiten Wettbewerb ja also sie merken es also ich habe jetzt in vielem vieles mal ganz aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet als in anderen Sendungen wo ich auch vielleicht noch so getragen war von der Idee wir sollten vielleicht doch noch Deutschland und Europa retten vielleicht ist das aber eigentlich eine antibiologische Idee sondern gerade das ist die die Kunst des richtigen Wissenschaftlers dass es auch mal ganz anders sehen kann ja vielleicht ist Deutschland schon längst gestorben weil der durchschnittliche Intelligenzquotient schon längst viel zu niedrig ist um im weltweiten Wettbewerb noch bestehen zu können vielleicht ist es wirklich so dass die letzten großen deutschen wissenschaftlichen Leistung Erfindungen einfach schon Geschichte sind ja dass wir nur noch von unseren Erfindungen von vor 100 Jahren zehren und noch nicht völlig pleite sind weil wir da noch Reste haben aber wir haben nichts Neues mehr erfunden und vielleicht ist Deutschland schon längst evolutionsbiologisch tot und wir die Next Scientists for Future sollten uns nach England und nach die Engländer haben ja auch schon das sterbende Europa verlassen vielleicht sollten wir uns nach England und nach USA orientieren und Deutschland und Europa einfach vergessen vielleicht sollten wir viel mehr Sendungen in Englisch machen ja vielleicht ist der große Fehler des Weltrates des World Council of Wise People dass er so wenig in Englisch macht und so viel in Deutsch vielleicht ist das der falsche Weg ja vielleicht müssen wir mit den Chinesen Englisch sprechen oder mit den Indern oder mit den Amerikanern oder den Engländern aber doch nicht mit Deutschland Deutschland ist doch vielleicht schon längst tot weiß es nur noch nicht weil es in der Evolution immer eine Zeit lang dauert bis etwas gestorbenes dann wirklich endgültig ausgestorben ist etwas was einmal in der Evolution in ein Hintertreffen gekommen ist schafft es vielleicht gar nicht weil die Intelligenz nicht mehr da ist die Kurs Korrekturen zu machen die 20 Reformen der Next Scientist for Future anzuwenden um dann nochmal irgendwie eine Kurs Korrektur zu machen vielleicht ist sozusagen wenn man einmal in der durchschnittlichen Intelligenz hinten runter gefallen ist vielleicht gibt es daraus kein Zurück mehr und vielleicht bin ich auch nur getragen von dem wirren Gedanken man müsse Deutschland retten also darüber ich werde mal versuchen den anderen Wissenschaftlern das auch klar zu machen dass wir uns vielleicht nach Amerika und England orientieren sollten und Europa als sterbenden Kontinent vergessen sollten oder wir sollten mit den Muslimen reden die vielleicht insgesamt klüger sind als die Deutschen und vielleicht müssen wir mit denen reden wie wir ein vernünftigeres Deutschland hinkriegen vielleicht müssen wir da mit den Klügeren reden mit den Einwanderern während Sarrazin auch so noch in der Illusion festhinkt die Deutschen seien die intelligenteren und die Einwanderer seien überwiegend die weniger intelligenteren vielleicht ist es genau umgedreht vielleicht sind die Deutschen die dümmeren und die Einwanderer die klügeren dafür müssen wir doch offen sein als Naturwissenschaftler als echte Wissenschaftler und insofern sehe ich die heutige Sendung so als eine Öffnung nochmal also nochmal klar machen dass man wirklich als Naturwissenschaftler als echter Wissenschaftler immer alles hinterfragen muss auch die eigene Verliebtheit in die eigenen ähnlichen also in die in die sozusagen Ursprungsdeutschen also die ja auch niemals Ursprungsdeutsche waren sondern aber die schon länger hier lebenden sozusagen und vielleicht ist diese Rest an Romantik das was man noch aufgeben muss ja ich werde mal darüber nachdenken wie das ist ob wir uns mehr richtung USA mehr Sendungen für USA und England machen sollten ja da müssten wir uns natürlich einarbeiten darin was ist in USA so üblich was sind da die großen Namen über wen wird gestritten Sanders und ja amerikanische Wissenschaftler ja wer zu überlegen also heute also Reflektieren des Reflektierens ja so dann haben wir hier die Tagesthemen ja also also insofern ist Matilo Sarrazin dankbar sein in seiner Deutschland und deutschen Verliebtheit öffnet er uns die Augen dafür dass wir eventuell einfach Energie an schon gestorbene Bevölkerung hängen so nach dem Motto Europa und Deutschland weiß noch nicht dass es schon längst tot ist und schon längst ausgestorben ist es dauert jetzt nur noch eine Zeit lang bis sich dieses Aussterbens dieser Aussterbensprozess endgültig vollzogen hat und das ist deswegen dass Deutschland eben deswegen ausstirbt weil eben nur solche wirren Denker wie Markus Krall der also glaubt er könne das politische System verändern indem er den Politikern die schon da sind ans Schienbein tritt und sagt ich will euch alles wegnehmen und will eine ganz neue politische Struktur haben bei der ihr alle euren Job verliert ihr sogenannten Minderleister also Markus Krall nennt ja die Politiker Minderleister genau das ist vielleicht der Grund warum Deutschland ausstirbt weil viele deutsche Fans von Markus Krall sind weil sie nicht erkennen können dass solch ein Kontrakonzept also ein Kämpfen gegen Mächtige weil diese ganzen Leute nicht erkennen können dass so etwas keine Chance hat man muss mit man muss freundlich und positiv mit den existierenden Politikern zusammen wenn dann Reformen bewirken aber vielleicht ist das auch schon ja gar nicht mehr möglich weil generell der Intelligenzdurchschnitt schon zu gering in Deutschland ist ja ja und deswegen ist vielleicht auch gerade deswegen Deutschland das Land das am anfälligsten war für die Corona Gefährlichkeits Überschätzung weil eben die Intelligenz schon so gering ist dass den Deutschen die Intelligenz fehl zu erkennen dass die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie unter Fehlanreizen fehlgeleitet sind und notwendig unrealistische Gefährlichkeits Überschätzungen produzieren müssen wie bei der Schweinegrippe zuvor ja vielleicht ist gerade da der Punkt Deutschland war quasi das gläubigste Land bezüglich gegenüber der Pharmaindustrie weil die Intelligenz der Deutschen am geringsten ist ja ja und vielleicht ist das gerade deswegen weil die Deutschen solch einen niedrigen Intelligenzquotienten durchschnittlich haben laufen sie solchen Irrlehren wie der Gemeinwohlökonomie hinterher die nicht erkennt Christian Felber und Gemeinwohlökonomie die auch nicht erkennt dass das was sie an Resten von freiem Markt übrig lassen wollen immer noch schädlich genug ist um uns alle weiterhin zu ruinieren ja und genauso Hans Werner Sinn der nicht in der Lage ist zu erkennen dass freier Markt generell dass das seine Ideologie ist er wurde ja gefragt von Thilo Jung lieber Hans Werner Sinn haben sie eine Ideologie und er hat dann richtig gesagt Hans Werner Sinn ja ich war mal sehr ideologisch als 68er damals habe ich noch geglaubt dass irgendwie die dass Marktelemente nicht unbedingt nötig seien sondern dass wir eventuell auch irgendwie über den Konkurrenz Sozialismus oder über den Sozialismus und über eine Pseudoplanwirtschaft die Wirtschaft auch steuern könnten und das habe ich erkannt dass das Ideologie war dass das nicht realistisch war aber er hat wiederum nicht erkannt dass er selbst mit seiner Bejahung des freien Marktes und seinem blinden Blicken auf ja Sozialismus ist ja gescheitert und also ihm fällt auch wenn es um eine bessere Welt geht wenn Thilo Jung fragt wir können uns eine Welt nach dem Kapitalismus nicht vorstellen dann kommt er also Hans Werner Sinn immer nur zurück auf ja aber der Sozialismus hat ja auch nicht funktioniert das bedeutet dass sein Denken auch eingeschränkt ist warum kann er nicht sagen ja vielleicht gibt es einen echten Kommunismus einen echten Sozialismus eine echte Planwirtschaft echte planwirtschaftliche Schutzdächer die uns den Kapitalismus beenden lassen und uns etwas Besseres geben ohne dass wir zurückgreifen müssten auf die gescheiterte den gescheiterten Pseudosozialismus ja das kann er nicht denken und insofern erkennt er selber nicht dass er nach wie vor ein Ideologe ist also Thilo Jung die eigentliche Antwort von Hans Werner Sinn an sie hätte antworten müssen ja ich bin immer noch ein Ideologe ich muss zugeben dass ich immer noch an die Ungefährlichkeit von freiem Markt glaube und und mein Denken ist verengt und dann hätte aber Hans Werner Sinn mal sagen müssen aber ich bin wahrscheinlich auch immer noch genauso ideologisch wie sie lieber Thilo Jung auch ideologisch sind denn sie sind wieder auf einer anderen Ebene ideologisch als ich und jetzt ist halt die Frage waren die und sind die Next Scientists for Future auch noch ideologisch weil sie irgendwo noch Deutschland und Europa retten wollten ist das vielleicht noch der Rest an Ideologie ist echte beginnt es echte Naturwissenschaft vielleicht erst dann wenn man sagen muss wir müssen akzeptieren in Deutschland und Europa ist der Intelligenzquotient schon so tief abgesunken dass sie schon in einem unaufhaltsamen Aussterben Prozess Begriffen sind der gar nicht mehr umkehrbar ist sondern nur noch ablaufen kann es braucht jetzt halt noch ein paar Jahrzehnte ein paar Jahrhunderte bis eben die letzten Deutschen ausgestorben sind aber das ist nicht mehr aufhaltbar und wir müssen uns den Gewinnern der Evolution zuwenden USA England China Indien Europa ist vielleicht schon längst tot vielleicht war war das eine Ideologie der auch noch der Weltrat und die Next Scientists for Future anheim gefallen waren dass sie dachten mit der deutschen Sprache und mit Deutschland Österreich und Schweiz und allen anderen deutschsprachig Sprechenden in Europa sei noch ein Staat zu machen vielleicht reden wir da mit Geschichte ja also sie merken vielleicht sind wir an einem Scheideweg vielleicht müssen wir alle jetzt muss ich mit den Professoren und Doktoren mal diskutieren darüber ob wir uns ganz gezielt USA England dem englischsprachigen Raum zuwenden müssen weil der europäischsprachige Raum der deutschsprachige Raum schon längst gestorben ist und trotzdem hilft uns bei all dem auch ein Xavier Naidoo ein Attila Hildmann ein Ken FM mit der Tendenz zu denken dass Europa und Deutschland wegen irgendwelcher böser Menschen sterben würden das bringt uns auch nichts also diese ganzen Verschwörungstheorien sind eben auch nur gefährliche Irrtümer weil sie Menschen wiederum zu Gewalttaten gegen die Menschen aufhetzen können ja also vielleicht ist das Resümee vielleicht ist diese Sendung in ihrer hat sowas von einem Vexierbild ja vielen Dank Thilo Sarrazin dass sie uns mal die völlig gegensätzliche Position haben einnehmen lassen vielleicht muss der Weltrat noch die letzte Stufe der Klugheit bestreiten betreten nämlich zu erkennen dass der deutschsprachige Raum schon längst gestorben ist es nur noch nicht weiß dass sein Aussterben schon besiedelt ist und dass wir uns dem englischsprachigen Raum und damit aber auch den englischen Namen und den englischen Politikern und den englischen Wissenschaftlern englischsprachigen Wissenschaftlern zuwenden müssen weil nur dort die Zukunft liegt oder eventuell erkennen wir auch nicht dass vielleicht die Zukunft schon längst nur noch in China liegt ist ja auch denkbar vielleicht liegt die Zukunft der Menschheit sowieso jetzt schon vielleicht ist schon längst entschieden dass Englisch gar nichts mehr hilft sondern dass wir Chinesisch lernen müssten oder Indisch was wissen wir darüber wo der durchschnittliche Intelligenzquotient der englischsprachigen Menschen liegt vielleicht ist der auch schon unter dem Level und ist schon im Aussterbensbereich ja also das sind doch interessante Fragen also das war jetzt heute mal die Welt vielleicht mal ganz neu denken vielleicht ist allerdings auch wenn wir jetzt noch mal den ganz großen Blick machen vielleicht ist noch extremer vielleicht ist es so dass die Menschheit nachdem vielleicht hat die ganze Menschheit schon längst den Kurs Richtung Degeneration beschritten und kommt dann nicht mehr raus ja vielleicht ist es auch so dass die Chinesen und Engländer die Inder und Chinesen auch schon längst auf dem absteigenden Ast sind dass sie gefangen sind darin nicht erkennen zu können dass freier Markt und Arbeitsteilung freier Markt freier Arbeitsteilung und der Irrtum dass alle Kinder die geboren werden alle Genies sein also die Idee der Gleichheit die Illusion der Gleichheit und die Idee dass freier Markt und freie Arbeitsteilung unschädlich sein vielleicht führt das zwangsläufig auch dazu dass auch die Inder und die Chinesen am Ende nur noch dahin siechen werden kränklich dahin vegetieren werden und alle total unglücklich und kränklich vor sich hin vegetieren werden vielleicht ist die Art Mensch gescheitert vielleicht ist das Experiment vergrößere Gehirne gescheitert weil größere Gehirne dann plötzlich irgendwie anfällig werden für wirres Denken und für wirre Gedanken und für Erfindungen und dass sie dann plötzlich freien Markt und freie Arbeitsteilung erfunden haben und dann das Gehirn nicht groß genug war zu erkennen dass das in eine Sackgasse führt dass freier Markt und freie Arbeitsteilung notwendig zur vollständigen Degeneration führen und dass generell Gehirn ein gescheitertes Modell der Evolution ist dass am Ende die Insekten übrig bleiben mit winzigen Gehirn weil Gehirn sich nicht bewährt alles denkbar alles möglich ja und dagegen spricht natürlich sozusagen so dieses dass man selber eventuell mit geliebten Menschen die einem ähnlich sind gerne überleben wollte aber vielleicht erkennen muss dass einfach das Experiment Gehirn gescheitert ist und dass deswegen jetzt auch über Gehirn längst keine Lösung mehr geht ja weil wir jetzt ja nur noch 1350 Milliliter Gehirn haben Volumen haben durchschnittlich nicht mehr 1500 Milliliter vielleicht ist das ja weltweit so und wenn das weltweit so ist dann schafft ein 1350 Milliliter Durchschnitts Gehirn es vielleicht überhaupt nicht mehr zu der Erkenntnis zu kommen dass freier Markt und freie Arbeitsteilung Irrwege sind und dass die Vorstellung der Gleichheit aller Gehirne ein Irrweg ist ja vielleicht ist das Ganze ganz traurig vielleicht geht das gar nicht mehr vielleicht kann kein Weltrat der Erde mehr kein Next Scientist for Future der Erde mehr überhaupt noch was ändern an dem totalen Degeneration Prozess der gesamten Menschheit ja also wem das jetzt zu schwierig war der muss dann wieder das Abonnement kundigen denn so schwierig ist echte Naturwissenschaft dass wir dafür offen sein müssen dass wir offen sein müssen dafür dass Deutschland Europa eventuell die ganze Welt und die ganze Menschheit schon in einem unaufhaltsamen Degeneration Prozess und Aussterbens Prozess sich befinden vielleicht muss es zu keinem endgültigen Aussterben kommen aber vielleicht kommt es zum endlosen Siegtum endloses nicht von Aussterben von der Gnade eines Aussterbens beendeten endlosen Leidensspiralen weil freier Markt und freie Arbeitsteilung unser Leben immer wieder und immer weiter beschädigen werden und müssen vielleicht laufen wir bald alle mit 300 Kilo Übergewicht rum degeneriert und schleichen vor uns vielleicht müssen wir diese hier die Degenerationsmenschen hier also als übergewichtig als fettsüchtig reinschleichen ja das die müssen hier so richtig fette Bilder malen ja fette die dann am Rollator dahin schleichen ja vielleicht ist das unsere Zukunft ja und vielleicht ist die völlig unaufhaltsam ja also das war's vielleicht sollten wir auch den Weltrat und die Next Scientists for Future nur aus so eine kleine Spielerei im Rahmen eines schon feststehenden Degenerationsprozesses der Menschheit als Spielzeug sehen und als nicht mehr ja vielleicht ist das genau leider die Realität also das war's für die heutigen Tagesthemen die heutige wissenschaftliche Tagesschau heute tschüssi bis bald tschüssi